Let's play DZ-Mod Origins Wir fliegen gleich mal den Bagger holen Ich hoffe ich verliere... ...kein gut zu viel Binsink Das muss auf jeden Fall richtig schön aufpassen Ich hoffe der Tank reicht aus Wünscht mir Glück Ich rischiere es mal Sonst muss ich notfalls landen Ich fliege zur Klanburg in Serena Und... ...will einen Bagger holen Meine alte Base zu... ...mein altes Haus, Level 1 Haus abzureißen ...damil ich das E-Haus bauen kann Das wird ganz schön knapp mit dem Tank Ich hoffe wir werden es schaffen... ...das muss jetzt nur noch kommen ...das ist ja nicht gegeben Ich hoffe wir werden es schaffen 8.000 Meter Schau mal... Schau mal... ...deine Insel hier... ...wo nichts ist ... kinds von Ich bin, glaub ich schwer fliegen Ich bin glaub ich entdeck Ich hoffe dass... уется wenn ichхバut fliegen ...ehh... Dann sollte ich aufpassen, dass ich diese Heatpacks bekomme, ich habe nämlich sehr wenig eine warme Jacke an. Die Temperatur, unsere Anzeige seht ihr so einen roten Thermometer, das heißt, wir müssen noch bis, aber wenn wir den roten Thermometer zunächst dann auf die VW hinrufen und auf die Hose, dann wird dann blau und dann leer ist es, praktisch ist man oder so. Die Kampo ist, die Kampo ist, die Kampo, das müsste ja mal sein. Ah, da ist es auf da, da ist es auf, da ist es auf, da ist es auf. Mal sehen, mal wieder. Lass mal runtergehen. Kommt an den Hölle landen. Ah, ich glaube da müsste der Engel stehen, der Butter. Ich glaube hier könnte ich landen. Ich habe es jetzt einen Problem mit dem. Strahl, da müssen wir einen Drinkern. BWM, wir sind unten So, jetzt haben wir hier alles was man braucht Das ist der Judo-Statue, der Lenin-Statue Da ist der Bagger Das ist der Judo-Statue Die Wunderbarer Das ist der Judo-Statue Der Judo-Statue Das ist der Judo-Statue Das ist der Judo-Statue so ein geiles Zeug haben die hier ja ich glaube ich darf ihn nehmen er hat mir zwar nicht geantwortet aber ich hoffe da ist auch später sonst haben wir ein problem ich gucke mal ich muss nämlich da hoch so ja jetzt darf ich den jetzt nehmen oder nicht was wird denn da alles an ich glaube ich darf ihn nehmen oh da hat kurz schön spät so geil ich habe zwar nichts gesagt ich nehme ihn einfach auf mir ich zocke mir im Bagger wie man spankt du aber jetzt muss ich aufpassen wo muss ich jetzt hinfahren überhaupt hier geht es nämlich rein ich darf ihn auch nicht kaputt machen ich darf ihn auch nicht kaputt machen tja wir müssen halt eben durch die Stadt hier darf nichts anfangen schau wir mal wohin er uns führt oh Backe ich sehe es schon wir müssen hier irgendwo umfahren das ist kein Problem eigentlich kann ich da durch fahren hier ist nämlich nee doch nicht zu ist es hier zu müssen wir mal hier durch fahren was hat denn da eigentlich für Orangen oder Liga das sehe ich nicht so jetzt fahren wir hier außen rum glaube ich oh aber ich komme jetzt diese Doktoren nicht raus aus dem dieser Bunker wo wir waren aus dem Labor aus dem Geheim Labor die tun manchmal Auslaufen Also zumindest damals, aber heute kann es auch passieren. Ich hoffe ich kann den Berg auch unversehend hochfahren. Schauen wir mal, sprach der Dichter. So, wo gibt es jetzt irgendwo hin? Oh, warte, das war nicht gut. Wir müssen bis Socken hin. Und fangen wir hier rein. Damit kann ich mich am besten drauf fahren. Ja, aber was? Fangen wir hier auf, ne? Gucken ob das funktioniert. Ich hoffe ich erfriere nicht. Hauptsache ich tue den Scheiß ausabreisen. Dann geht es wieder... Da lässt den Ass nachpassen. Da geht es hoch. Tausend Meter. Sollte zu schaffen sein. Den Wagger habe ich glaube ich nur noch ein einziges Mal gemusst. Damals, als wir unseren allerersten Server, wo wir gebaut haben. Da haben wir Level 1 Häuser gebaut, im Garage. Da habe ich in der letzten Folge, oder in der vorletzten Folge erzählt. Ne, das kann ich nicht aufbringen. Erstmal. Und da haben wir auf jeden Fall gerade schon den 1 Häuser gebaut. Und dann hat der Admin bzw. Stand Server drauf. Der Server wird in ein paar Wochen auslaufen. Das heißt, alles wird dann gelöscht werden. Ja, gut. Da haben wir gesagt, scheiße. Müssen wir neuen Server finden. Ähm. Und dann, ähm. Was haben wir denn gemacht? Ach ne, warte mal. Ne, das war nicht ganz anders. Das war ja, das war schon der neue Server. Das war ein neues Server schon. Genau, und deswegen haben wir den Bagger geholt. Wir haben ja bei Duboro gebaut. Haben beim Duboro unsere Level 1 Häuser abgerissen. Und sind dann nach Ethanox. Genau. Und dann, da habe ich das einzige Gemara, das ich diesen Bagger genutzt habe. Müssen wir mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. 400 Meter ist das nicht schlecht. Und ich habe bis jetzt bei der Tempometer noch keinen besonderen kritischen Punkt. Das hat sich noch nicht verändert. Wenn ich oben bin, wahrscheinlich geht es los. Schauen wir mal. Ja, der Christ ist noch nicht online. Eigentlich hat er gesagt, er kommt online. Mal gucken. Na der ist da wie gesagt, er kommt an. Mal schauen, ob er in diese Folge noch reinkommt. Brrt, Brrt, Brrt. Hab einfach mal gesagt, ich nehme den Bagger, den Joker, den ich geantwortet habe. Aber das ist ihm auch egal, wahrscheinlich. Hauptsache, ich bringe den Bagger wieder zurück. Jetzt muss ich schnell mithandeln. Und ich muss auch außerdem gucken, was ich eigentlich drin habe. Mein Haus. Habe ich da schon rausgelassen? Der Bus steht immer noch da. Du kriegst sein SUV mit MG steht noch da. Mein Haus ist da hier. So, und jetzt ist erstmal wieder. Stopp. Motor aus. Erstmal aussteigen. Ich will erstmal die Lage abchecken. Was ich hier überhaupt habe. Das wird ganz schön palt werden jetzt. Und jetzt aber schnell. So. Was habe ich hier alles drin? Ja, ich habe natürlich was drin. Ich habe noch was drin. Oh, so. Okay. Offene Dinge. Das nehmen wir mal mit. Bitte. Das nehmen wir mal mit. Das andere ist scheinlich scheißegal. Wurscht, oder? Das ist eigentlich wurscht eigentlich. Hauptsache, ja, das Waffen. Unwichtig. Moment mal. Habe ich das jetzt in der Box noch drin oder was soll? Also 70 Sekunden bla bla bla. 10 Finder oder was sollte ich mal mitnehmen. Dann mal da. Und dann muss die Pfeilpfeil auch mit. Da was zu futtern. Ich habe die Kaptansch. Riegel aber wieder. Okay, 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 okay. Ich schicke jetzt mal. Cool, ich reise das Haus jetzt ab. 4, 3, 2, 1, meins. Shit, das nehmen wir schon bei allen. Das Fahrer einsteigen. Aber weg geht das. Da ist schon wieder da. So ein Operator sitzt scheinbar, oder? Auch mit Kompass offices. Sehr gut, da es ist ja noch los. Und die Kompass läuft nicht. Wie soll ich zerstören? Ist das Haus oder was? Ach nee, falsch. Hm? Abschuhe, überbauen, durchbauen. Ne, erstmal machen wir mal zum Fahrersitz. Ich glaube, ich muss mich da zum Haus, zur Tür gucken vielleicht. So, Operatorsitz. Ich muss mal kurz Chris schreiben. Schauen wir mal, ob der Chris ist. Ähm, was ist das da? Schauen wir mal kurz. Bitte. Bitte. Das heißt eigentlich, Operatorsitz, Torbau, Nettelbau, Nettelbau, Nettelbau nicht zu stören. Soll ich nicht zu stören gehen, ich darf keine ausgehen, wenn es zu stören. Zum Fahrersitz. Operator. Die Stören. Da haben wir den Kapitel Chris. Komm mal TS. Okay. Ach so, Mutter aus erstmal. Mutter aus, Mutter aus. Zum Fahrersitz. Mutter aus. So, jetzt gehe ich erstmal... Ups, das ist ja jetzt blöd. Hihihi. Ich binde mal die folgende und wir sehen uns gleich. Bis gleich. Du bist tatsächlich verlachst. Du Chaat. Wie soll ich dies denn weg capacity? Da mach es dir doch nicht. So, Here 말씀 кажется.